Ich hab hier einfach meine Highlight-Videos auf meinem Zweitkanal und ich hab hier Kanäle wie Nick Nolte und Mattis Magerquark, wo einfach nicht die Momente, wo halt was passiert, wo klar ist, dass am Ende ein Video dabei entsteht, sondern diese random Momente, wo einfach random so lustige Sachen passieren, wie hier mal zu röpsen, einfach mal oder irgendwie diese dieser Pups letztens im Stream oder so. Eigentlich will ich den mit im Stream guck, ich will mit euch zusammen darauf reagieren. Nein, 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 nein. Dann mach ich doch diesen hier. Adapter, kleine Klinke, Minuten das Video, no hate. Ja, aber die Performance geht halt... Ah gut. Boah, schwierig, ich kenn mich nicht aus in dem Low-Budget-Segment. Ah, da ist er, der Mattis Magerquark. Warte, wo ist er denn? Da ist Sky Money, da haben wir Sky Money geholt. Hier. Brille, Vielmann. Was hast du gesagt? Ich hab 67 gesagt. Ich hab 67 gesagt. 43. Schön locker aus dem Handgedeck. Das ist nicht der Handgedeck. Sonst doch was, worauf wir reagieren können, bevor... Obwohl, ja stimmt, ich wollte krass sagen, wir streamen noch eine halbe Stunde, stimmt gar nicht, wir streamen noch eine Stunde. Ne, bin 16. Das macht's nicht besser. Ja, okay, wollen wir Mario Kart Zocker, dann können wir die Kopfhörer jetzt eigentlich auch rausnehmen und so. Dann geh ich wieder weg. Dann tauschen wir wieder Plätze. Aber hat sich gelohnt, dafür 8 Euro auszugeben für den Adapter? Ja, auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Nein, das ist ja langfristig. So ein bisschen, also er macht... Ah, stimmt, ich hab die Lampen angemacht. Das ist super gut. Macht euch das Spaß, sich on-stream anzugucken? Ist das lustig für euch? So... Ja, wieso geh ich denn selbst mit nem Pilz noch nach unten? Und jetzt wurden mir die Rakete... Alter, wie hat das... Wie hat das mit... Dieses Spiel ist so verbuggt, das ist so ne Wichse. Ja, genau! Es ist tatsächlich sehr erfrischend zu sehen, wenn jemand noch mehr ragt als man selber. Ey, was soll denn das gerade? Tut eigentlich immer... Ey, Mann, das ist jetzt... Ich versteh's nicht! Jetzt ist ich mit nem Stern. Das kann doch nicht sein. Nein! Oh, Mann, oh! Oh, Mann, ey! Diese Lenkung ist ja sowas von beschissen! Mann! Das war jetzt die dritte Rakete, die mich erwischt hat! Ich kann der auch noch so gut pflanzlos sein. Mann, ach, dieses Lenken, ich lenke mich die ganze Zeit in diesen Kies-Rack. Ach, komm! Wieso ist denn diese beschissene Funktion an, wenn man doch sieht, dass ich mit dem Steuerkreuz lenke? Ey, Mann! Hey, ich wollte die abkürzern! Hey, ich bleib an allem hängen, wo man hängenbleiben kann! Mann! Hey, immer im Sprung! Mal wieder im Sprung! Es ist immer so, ich hasse euch! Hey, pack' es da auf, was das angeht, sehr undankbar, das stimmt schon. Ja, jetzt werde ich von meinen eigenen Jüden getroffen! Bevor wir sind so zehn! Ich begreife es nicht! Das darf doch nicht, was? Wir haben drei Punkte gut gemacht. Ich verstehe es nicht! Drei Punkte! Ich begreife das nicht! Königbächer rennt Pisser. Oh, nein! Nein! Ich brauche doch diesen blöden Pilz! Das wird wohl nichts mehr. Ihr spielt einfach wie verfickte Kinder! Das ist so ein... Ich habe mich verdriftet, ich habe mich verdriftet, oh mein Gott, ich habe mich verdriftet. Ich habe nichts gesehen! Das macht Spaß zu ragen, tatsächlich. Ja, es ist sehr erleichternd. Das war schon die letzte Runde?! Das ging jetzt wirklich schnell. Ich dachte, das wäre auch noch... Diese räudige, dreckige Community, ne? Also in der Runde hat die mich gerade richtig enttäuscht, meine Community. In der Runde bin ich gerade richtig sauer auf die. Das war gerade richtig eklig. Dreckige Community. Magst du mir ein Glas Wasser... Guck mal, Mr. Hamsterfresse... Äh, Mr. Hamsterfresse. Guck mal, Matis Magerquack, sei doch froh, dass ich so verpeilt bin, die ich noch nicht losgeschickt habe. Sei doch froh drum. Absolut nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, warte, was? Also in der Runde hat die mich gerade richtig enttäuscht, meine Community. In der Runde bin ich gerade richtig sauer auf die. Das war gerade richtig eklig, was? Ich weiß nicht ganz, was am Blasen so schlimm sein soll. Schau uns, ich habe in Mathe auch einen Dreier. Beim ersten Akkord erkannt. Als ob da irgendwer 20 Sekunden hinhören muss. Was war das denn nochmal? So was Heroisches. Warte, ich höre kurz weiter. Back to the Future. Meine Fresse, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ey, 30 Jahre. Als ob da irgendwer 20 Sekunden hinhören muss. Abschlussbild. Abschlussbild. Direkt auf Beenden? Drück auf Stream und End. Schon? Ja. Okay. Bitte. Tschüss. Screenshot. H spraw CAFDIAG Hast du sagen? HAA haHA.